Willkommen liebe Zuschauer zu Weitblick die Welt von Innen. Für junge Menschen ist es ein ganz normaler Prozess, dass sie sich irgendwann abnabeln vom Elternhaus, um auf eigenen Füßen zu stehen und eigene Wege zu gehen. Dabei suchen sie dann oft nach neuen Vorbildern für ihr Leben und nicht selten geschieht es, dass es dann Filmschauspieler, berühmte Musiker oder Sportler sind, die zu ihren großen Idolen zählen. Dass bei der Suche nach neuen Leitfiguren für das eigene Leben auch der Papst in den Blick kommen kann, das dürfte für viele Zeitgenossen eher überraschend sein. Genau das ist aber der Fall bei zwei jungen Menschen, die ich heute zu mir ins Studio eingeladen habe, nämlich Larissa Elter und Nathanael Leminski. Sie fühlen sich zugehörig zu der Generation Benedikt, einer Initiative, die Sie gegründet haben. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Dankeschön. Dankeschön. Herr Leminski, wie war das denn bei Ihnen mit der Suche nach Vorbildern für Ihr eigenes Leben? Ich würde sagen, die beginnt eher unterbewusst. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt auf die Straße rausgehe und schaue, wer kommt als Vorbild in Frage. Es ist halt einfach so, dass man als junger Mensch natürlich nach Orientierung sucht und ich würde eher sagen, das macht sich fest an der Frage, wem kann ich trauen? Wem kann ich glauben? Wem kann ich vertrauen? Von wem kann ich sagen, dass er tatsächlich das Beste für mich will? Und jemand, von dem ich das sagen kann, der kommt in Frage für mich als Autorität und an dessen Aussagen ich mich dann auch prüfe und versuche sozusagen abzuarbeiten und zu schauen, ob darin nicht vielleicht etwas ist, an dem ich mein Leben orientieren kann. Hinweise für die eigene Lebensgestaltung. Wie war das denn bei Ihnen, Frau Elter? Es ist sicherlich so, dass bei mir jetzt persönlich bedingt dadurch, dass meine Eltern mich auch dazu angeregt haben, sicherlich viel schon an Richtung oder an Idee mir gezeigt wurde, präsentiert wurde. Und ich ist dadurch, also dass ich einfach wirklich Glück gehabt habe, dass ja, dass meine Eltern mir schon ein wenig den Weg gezeigt haben. Natürlich ist es so, dass man sich dann selber damit auseinandersetzt. Aber es geht vor allem auch darum, werden die Fragen, die ich dann persönlich habe, auch beantwortet. Und in dem Fall ist es dann so gewesen, dass es halt keine aktive Suche nach einem Vorbild war, aber in der Kirche, in dieser Person auch Antworten gegeben wurden. Also auf jeden Fall, man schaut über den eigenen Tellerrand hinaus, orientiert sich nicht nur an den eigenen Eltern, sondern guckt, wen gibt es sonst noch in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Politik. Ja, und da machen sie eben sehr schnell die Erfahrung. Es gibt viele, die ihnen das Blaue vom Himmel versprechen und die sozusagen Jugendliche als Zielgruppe im Auge haben, wo sie aber dann sehr schnell merken, a, orientieren die sich tatsächlich auch selber an dem, was sie da erzählen. Also das ist ja zum Beispiel bei Stars häufig nicht mehr der Fall. Nach fünf Jahren ist auf einmal alles ganz anders. Einfach ein Beispiel der Ehe, der persönlichen oder auch des sonstigen Lebenswandels, den die dann pflegen. Oder dann natürlich auch die Frage, ist das sozusagen für das langfristige Glück beschaffen? Also Idole oder Vorbilder, die mir den Kick versprechen für morgen, davon gibt es einen Haufen, wie Sand am Meer. Aber diejenigen Autoritäten oder Personen des öffentlichen Lebens, die sich mit Fragen beschäftigen, die, ich sage jetzt mal, bis ans Lebensende und darüber hinausgehen, da wird es dann doch sehr rar und an schlüssigen Antworten wird es dann noch rarer. Und das ist dann der Grund gewesen, wo man dann auf die Idee kommen kann, vielleicht auch in der Kirche insgesamt, nicht nur im Papst als Person, sondern auch in der Kirche insgesamt, an Menschen, auch natürlich an Eltern, an Gläubigen, die man kennt, wo man merkt, das gibt ihnen Kraft, das gibt ihnen Hoffnung, das gibt ihnen eine, ich sage jetzt mal, unerschütterliche Sicherheit im Leben. Das ist etwas, was attraktiv wirkt und warum man sich dann als junger Mensch danach orientiert. Sind Sie denn beide in der katholischen Kirche beheimatet? Kann man das so sagen? Sind Sie beide katholisch? Doch, auf jeden Fall. Ja, also ich wollte gerade noch dazu sagen, also gerade als, ja auch als Katholik ist es ja dann, man, es bewegt sich viel und alles schreitet schneller voran. Es gibt wenig, woran man sich so orientieren und festhalten kann. Und nicht nur der Aspekt, dass halt Fragen beantwortet werden und verlässlich beantwortet werden und man irgendwo weiß, das wird auch in einem Jahr noch da sein, sondern, dass es auch schon so lange Bestand hat. Also, dass es gibt einfach eine unglaubliche Sicherheit. Und, ja. Sie spielen damit an auf die lange Tradition der Kirche, was so lange Bestand hat, 2000 Jahre. Ja, genau. Es ist jetzt, es gibt meines Erachtens für junge Menschen heute im Groß ist es wahrscheinlich so, dass Tradition an sich nicht mehr so legitimationsstiftend ist, wie das vielleicht früher der Fall war. Aber die Tatsache, wenn man in die Kirchengeschichte schaut, was die Kirche auch schon alles ausgehalten hat und nicht nur die Kirche als Institution, sondern auch Menschen in der Kirche und wonach sie sich am Ende dann doch immer orientiert haben und auch letztlich natürlich so ein bisschen die Vorstellung, dass am Ende die Liebe gewinnt, wenn man es mal pathetisch formulieren will. Das ist einfach etwas, wo ich sagen muss, das ist für mich was Faszinierendes und baut auch auf in Momenten, wo man vielleicht manchmal sagt, es wirkt etwas sinnlos und etwas flach, sozusagen hier unten auf der Erde, dann ist es schon so, dass es schön ist, dass man etwas hat, worauf man zurückblicken kann und was dadurch, dass es in die Zukunft, ja, es jetzt mal gerichtet ist, weil es eben Hoffnung vermittelt, auch Zukunft verheißt und eben nicht nur eine große Vergangenheit. Sie spielen vielleicht da ein bisschen darauf an, dass die Kirche einen sehr weiten Horizont vermittelt. Sie hat einen weiteren Blick eigentlich als viele andere gesellschaftliche Akteure. Die Kirche denkt nicht nur an das Irdische, an das Alltägliche, sondern sie hat auch immer das Jenseits im Blick. Ist das eine Dimension, die für sie wichtig ist, Frau Elter? Auf jeden Fall. Also man ist auf der Suche nach etwas, was einem Hoffnung geben kann für die Zukunft. Ich meine, wir sind noch jung und haben noch sehr, sehr viel vor uns und natürlich spielen da manchmal auch Ängste mit hinein. Also es ist nicht alles nur rosig und positiv, aber gerade dann ist es ja umso entscheidender, dass man irgendwo etwas hat, was einem eine Zukunft verspricht oder einem die Hoffnung für eine Zukunft gibt. Was sind denn Aspekte unserer heutigen Gesellschaft, die Ihnen eher Angst einflößen, vielleicht auch Hoffnungslosigkeit oder zumindest Skepsis gegenüber dem, was sich in Zukunft auf uns zu bewegen wird? Also für mich persönlich ist es beispielsweise teilweise die eigene Machtlosigkeit, die schnelle Bewegung, dass man nicht weiß, ob man irgendwann auf der Strecke bleibt. Also das sind so zwei Aspekte, die mich dann natürlich verunsichern. Sie sind beide junge Berufsanfänger oder stehen kurz vor der Aufnahme eines Berufes. Spüren Sie auch da Unsicherheit, Zukunftsungewissheit? Man liest immer wieder, man kann manchmal den Begriff hören, Generation Praktikum, dass gerade junge Menschen eben nur sehr befristet eingestellt werden und sich von Praktikum zu Praktikum hangeln müssen. Das ist ja auch Ausdruck einer großen Unsicherheit. Man kann nicht langfristig planen als junger Mensch heutzutage. Ja, und ich meine, mit diesem Begriff Generation Praktikum ist ja mehr verbunden als jetzt, ich sage jetzt mal, eine gewisse Erwerbslosigkeit in dieser Zeit. Damit ist ja auch verbunden, keine Planungssicherheit zu haben. Und ich meine, jetzt nicht Planungssicherheit, um sich das nächste Auto anzuschaffen, sondern Planungssicherheit, um an solche Dinge denken zu können wie Familiengründung, die eigene Existenzgründung, natürlich aber auch die Aufnahme eines Berufs, der sinnvermittelt ist. Ich meine, ich denke, das gilt zumindest für die Jugendlichen der Generation Benedikt und ich glaube auch für viele darüber hinaus, wir wollen nicht einfach nur einen Job machen, irgendwas erledigen, sondern wir möchten schon auch, dass unsere Arbeit irgendwie sinnstiftend ist. Und das ist halt etwas, was, sagen wir mal, konträr steht dazu, dass, wenn es in der Gesellschaft dann darum geht, dass der Einzelne nicht mehr als Individuum, als Subjekt wahrgenommen wird, sondern eher als Wirtschaftsobjekt, als Zielgruppe, ja, als anonyme Masse. Und das ist schon etwas, was sie vermittelt bekommen. Und da würde ich sagen, ich glaube, wir sind insofern gesegnet, als dass wir aus Familien kommen, die uns eine gewisse Grundgeborgenheit mitgegeben bekommen, mitgegeben haben, die uns so etwas wie Globalisierung als Chance erscheinen lässt, während andere es wahrscheinlich eher als Risiko betrachten würden. Aber das ist natürlich so, wenn sie da halbwegs sozial ausgestattet sind, dann möchten sie nicht nur für sich selber das als Chance begreifen, sondern möchten natürlich auch, dass das etwas ist, was eine Haltung ist, die auch sonst in ihrer Altersgruppe um sich greift. Und da muss man schon sagen, wenn man ehrlich ist, das ist nicht immer der Fall. Ihre Initiative, die Sie gegründet haben, mitgegründet haben, Herr Leminski, die nennt sich nun Generation Benedikt und nimmt Bezug auf den jetzigen Papst, auf Papst Benedikt XVI. Wie ist es denn überhaupt zu dieser Initiative gekommen und was sind die Ziele Ihrer Gruppe? Ja, also das Key-Ereignis, das Schlüsselereignis für unsere Initiative war der Weltjugendtag 2005 in Köln, wo ja am Ende der Papst den Jugendlichen auf dem Marienfeld gesagt hat, so, das waren jetzt einige tolle Tage für uns alle hier gemeinsam, behaltet das nicht für euch, sondern gebt das weiter. Und einige Jugendliche, zu denen ich eben dann auch gehörte, haben sich dann Gedanken gemacht, was könnte unsere persönliche Art und Weise sein, das umzusetzen. Und wir sind dann letztlich von einer Wut ausgegangen, die in uns war, nämlich die Verärgerung darüber, dass das, was da eine Million junge Menschen versammelt hat, in den Medien häufig nicht wirklich repräsentativ vermittelt wird. Also sie haben einfach häufig die Situation, dass für die Botschaft der Liebe oder auch für die Botschaft der Kirche nicht junge, authentische Gesichter stehen, sondern ich sage jetzt mal, solche Gesichter, mit denen man sich als Fernsehkonsument wahrscheinlich ungern identifiziert. Und das war etwas, wo wir gesagt haben, das ist eigentlich total unrepräsentativ, weil wir haben doch einen Haufen junge Menschen kennengelernt, die mitten im Leben stehen mit beiden Füßen. Warum tauchen die nicht auf in der Öffentlichkeit und machen es damit auch anderen Altersgenossen einfacher, sich auf das Abenteuer Glaube und auf das Abenteuer Kirche einzulassen? Weil wir natürlich verstehen können, jemand, der nie einen halbwegs normalen Pfarrer erlebt hat, der nie irgendwie mal ein Gesicht erlebt hat, was ihm sagt, ich bin auch Kirche, dem wird es schwer fallen, mit diesem Abstraktum Kirche und dem Abstraktum Glauben irgendetwas anfangen zu können. Und um das zu ermöglichen, haben wir eben diese Initiative gegründet, die letztlich aus jungen Menschen besteht, die gesagt haben, ich stelle mich als Botschafter zur Verfügung, als junges Gesicht für das, was mir im Letzten Hoffnung gibt. Und als Gruppe versuchen wir, diesen jungen Menschen, die sich dafür zur Verfügung stellen, sowohl inhaltsmäßig als auch kommunikationstechnisch Kompetenz zu vermitteln, um das eben tun zu können. Und zwar in jeder Form von Öffentlichkeit, sei es in Medien, sei es vor Gruppen, sei es im persönlichen Freundeskreis. Also das ist sozusagen jetzt nicht nur auf die mediale Welt beschränkt. Aber die Medien spielen eine große Rolle. Frau Elter, Sie beide haben Fernseherfahrung, sind schon in Talkshows aufgetreten. Was waren Ihre Erfahrungen? Die Medien sind eine Plattform, auf der man etwas Gutes vermitteln kann. Ja, gerade in der heutigen Zeit kann man darüber so viele Menschen erreichen. Und da ist es halt dann entscheidend, wie das Ganze verpackt wird. Und dass das Ganze authentisch ist, dass das Ganze frisch und sympathisch wirkt. Und gut, das ist halt eine Chance. Da muss man dann versuchen, das, was einem gegeben wird, an Möglichkeiten auch zu nutzen. Wie bereiten Sie sich auf solche Auftritte vor? Es ist natürlich so, dass niemand von uns, wir sind ganz normale Studenten, Berufseinsteiger, das ist im Prinzip etwas, was nebenher läuft. Also keiner ist professionell in den Medien unterwegs. Und wir haben uns da natürlich dann auch Hilfe geholt. Also ein Kommunikationstraining hat stattgefunden, schon mehrfach für einige. Und natürlich auch inhaltliche Vorbereitungen, das ist ganz, ganz wichtig. Also wir haben da selber nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern holen uns da natürlich dann Experten, die in Workshops, in Vorträgen uns einfach den inhaltlichen Input geben, damit man kompetent und nicht mit Halbwissen in Diskussionen gehen kann. Herr Leminski, es gibt ja heutzutage viele Möglichkeiten, wie man sich mit dem Gedankengut von Papst Benedikt beschäftigen kann. Es gibt viele Quellen, wo man seine Predigten, seine Ansprachen, seine Texte findet. Seine Bücher sind überall zu kaufen. Junge Leute, haben die Menschen heute mehr Möglichkeiten, sich mit dem Heiligen Vater auseinanderzusetzen als früher vielleicht? Ja, zweifelsfrei. Also ich würde schon sagen, dass es keinem verwehrt ist, wirklich an das zu kommen, was der Papst lehrt, was ja früher wirklich anders war. Also müssen wir gar nicht so weit in der Geschichte zurückgehen, um festzustellen, dass auch die Wirkkraft der Päpste teilweise ja sogar auf den italienischen Raum beschränkt war und sozusagen nur in einigen Fällen darüber hinaus. Aber in Zeiten einer Mediengesellschaft wie heute ist es per Mausklick möglich, sich das anzuhören, anzusehen, anzulesen, was der Papst sagt. Und viele tun es ja auch. Und dennoch ist es ja zum Beispiel auch so gewesen, dass nach der Wahl Josef Ratzingers die Bücher einen solchen Verkaufsschlager dargestellt haben, wiewohl ich da ganz ehrlich bezweifle, ob alle diese Bücher, die gekauft worden sind, auch tatsächlich gelesen worden sind. Ich denke, dass das für Jugendliche gar kein Problem ist, daran zu kommen. Es ist halt immer auf der anderen Seite auch die Frage, ob es der Kirche gelingt, Jugendliche in bestimmten Lebenssituationen auch zu treffen. Weil ich glaube, die Situation, dass der junge Mensch sich abends an den Computer setzt und einfach mal Bank der 16. googelt, die ist dann doch leider sehr selten. Da muss man ganz realistisch sein. Also es bedarf der Vermittlung. Das Gedankengut muss also aufbereitet werden, muss zugänglich gemacht werden für junge Menschen. Und das könnte also auch eine Aufgabe für die Generation Benedikt sein, für ihre Initiative. Genau. Ich würde sogar sagen, das ist derzeit schon der Fall. Das Ganze ist natürlich, also der Papst Benedikt XVI. ist ein Theologe, der sich sehr komplex auszudrücken weiß und das ist natürlich auch für uns teilweise sehr schwer zugänglich. Und deswegen veranstalten wir unter anderem auch Workshops, Arbeitstreffen, um uns das Ganze auch für uns selbst begreiflich zu machen. Natürlich. Also Ihr Kardinal Meissner, der Erzbischof von Köln, hat einmal die Generation Bendig als Dolmetscher des Papstes bezeichnet. Ich glaube, das ist ein Anspruch, dem wir so nicht gerecht werden auf Dauer und in dem umfassenden Charakter. Dennoch ist es tatsächlich ein wenig genau das, was uns als Zielvorstellung vorschwebt, letztlich einer Botschaft, die für sich genommen auf einige sehr abstrakt wirken kann, ein Gesicht zu geben. Weil in dem Moment, in dem ich über persönliche Glaubenserfahrung spreche, auch über Zweifel, auch über Schwächen, in dem Moment wird es für andere junge Menschen überhaupt erst erfahrbar und auch begreiflich. Und in dem Moment wird es relevant für deren eigenes Leben. Und darüber können Sie ungleich viel mehr transportieren als über das bloße Papier. Dennoch sollte man, um in der Tiefe das auch zu erfassen, sich natürlich selber auch damit auseinandersetzen. Und da möchte ich an das anschließen, was die Lara gerade eben gesagt hat, nämlich, dass es letztlich natürlich auch jedem persönlich überlassen ist. Also wir sind keine Kaderschmiede, in dem Sinne, dass wir sozusagen da jetzt irgendwelche Maschinen ausbilden, die sämtliche Sätze von Bennington 16. runterrasseln können. Am Ende, so wie das halt immer im Glauben so ist, ist es die persönliche Auseinandersetzung und sogar die persönliche Suche nach Wahrheit, Liebe, nach Gott letztlich, die jeden Einzelnen antreibt. Aber wenn die Generation Benningt dabei Hilfe sein kann, dann ist schon sehr viel erreicht. Nun ist der christliche Glaube ja ein Prozess, der ein Leben lang dauert. Kirche kann sich auch verstehen und versteht sich so als Weggemeinschaft, in der man gemeinsam auf dem Wege ist. Und manche sind halt schon ein Stück weiter fortgeschritten, andere fangen erst gerade an, diesen Weg zu gehen. Es ist auch eine Generationenfrage. Man ist mit 40, 50 Jahren natürlich schon weiter fortgeschritten als mit vielleicht 20 Jahren, 24 Jahren wie Sie. Ist es da die Aufgabe der Generation Benningt, die Leute, die vielleicht noch ganz am Anfang des Weges stehen, einfach mitzunehmen, aufzunehmen in diese Weggemeinschaft? Kann man das so beschreiben? Also es ist so, wir sind altersmäßig relativ heterogen. Das ist schon so. Obwohl ich schon sagen würde, die Generation Benningt ist eine Jugendinitiative. Also wir bewegen uns alle irgendwo zwischen 16 und 30 Jahren ungefähr. Wobei da schon große Unterschiede natürlich sind im Erkenntnisprozess, was den Glauben angeht. Und natürlich da auch der eine jeweils vom anderen profitiert. Gleichzeitig würde ich sagen, wo wir als Generation Benningt schon einen Schwerpunkt drauf setzen, ist eben das, was viele vor uns schon erfahren haben, auch im Rahmen der Kirche, etwa auch der Papst, aber auch andere, ich meine, theologische Schriftsteller etc., das sozusagen in eine Sprache zu kleiden, die verständlich ist für junge Menschen. Und ich meine, ein Ansatz dafür war ja das Buch, was wir herausgegeben haben mit dem gleichen Titel Generation Benedikt, dem der Papst ja freundlicherweise ein Vorwort vorangestellt hat. Wo er letztlich in diesem Vorwort auch sagt, was er schön findet in diesem Buch ist, dass es ein Suchen und Finden ist von jungen Menschen. Also nicht nur junge Menschen, die irgendwie Fragen stellen und mit einem großen Fragezeichen durch die Welt laufen über dem Kopf, sondern die auch Antworten suchen, ganz aktiv. Und das war eben die Auseinandersetzung unter anderem mit den Dokumenten von Benningt dem 16., Johannes Paul dem 2., aber auch anderen kirchlichen Dokumenten. Und da sozusagen diesen Schatz zu heben und in eine Sprache zu kleiden, der es dann auch anderen Menschen möglich macht, überhaupt sich an die Frage heranzumachen, ob das Antworten auch auf eigene Fragen sind, das ist so ein bisschen der Ansatz der Generation Benedikt. Und da sehen wir auch den Hauptteil unserer Arbeit darin. Und dieses Buch Generation Benedikt, das gibt es inzwischen in mehreren Sprachen. Frau Elter, die Generation Benedikt ist sowieso dadurch gekennzeichnet, dass sie sehr international ausgerichtet ist, wie ja die katholische Kirche insgesamt eine Weltkirche ist, mit sehr internationalem Gepräge. Warum ist das so bei der Generation Benedikt? Was reizt daran? Genau, es ist ja so, dass die katholische Kirche halt auch gerade irgendwo dadurch auszeichnet, dass man das auf der Welt irgendwo, also dass sie über die Welt hinweg verteilt ist, überall präsent ist. Und daher auch die Jugendlichen natürlich. Es ist nicht so, dass sich nur deutsche Jugendliche die Fragen stellen, die wir uns stellen, die beispielsweise auch in dem Buch thematisiert werden, sondern es ist so, dass Jugendliche in unserem Alter, junge Erwachsene sich weltweit die gleichen Fragen stellen, gleich auf der Suche nach Antworten sind. Und somit war es eigentlich selbstverständlich, dass man versucht, weltweit eine Art Netzwerk aufzubauen, in dem halt nicht nur deutsche oder europäische Jugendliche miteinander vernetzt sind. Welche Länder gehören inzwischen dazu, Herr Leminski? Also es ist so, dass es sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Es gibt Länder, in denen es sozusagen eigene Netzwerke für sich gibt, die da völlig autark sozusagen arbeiten, wenn man so will. Das ist in Deutschland der Fall, in Spanien und in Österreich. Und dann gibt es Länder, wo es so, ich sage mal, erste Kerne von Generation Benedikt-Netzwerken gibt. Das ist in Frankreich, in den USA, in Mexiko, in Italien und in Polen der Fall. Und in Australien nach dem Weltjugendtag 2008. Und darüber hinaus ist eigentlich nicht wirklich viel los. Was einfach damit zu erklären ist, dass natürlich sozusagen es Jugendliche braucht, die sich davon anstecken lassen und sagen und das als ihr Projekt ansehen. Und bis das geschehen ist, ist ein langwieriger Prozess. Aber ich bin schon was erstaunt. Ich meine, bei der ersten Buchvorstellung einer der Übersetzungen, das war die spanische Übersetzung, da weiß ich noch, wie das war, als wir dann als deutsche Generation Benedikt-Gründer nach Barcelona geflogen sind. Und dann sind sie in so einem Saal und da sind 200 junge Menschen, der Kardinal von Barcelona. Und das war zwei, drei Jahre nach der Gründung von Generation Benedikt in Deutschland. Das ist schon phänomenal, wenn sie dann erleben, wie der Funke übergesprungen ist und an einem völlig anderen Ort etwas völlig Eigenes entstanden ist. Das ist schon faszinierend. Und ich glaube, das ist etwas, was man wahrscheinlich sehr stark vor allen Dingen in der katholischen Kirche erleben kann. Etwas, was ja auch beim Weltjugendtag so gewesen ist, 2005 in Köln, wo Sie diese Internationalität sicherlich hautnah miterlebt haben. Kann man denn quantifizieren, wie viele junge Menschen inzwischen zu dieser Bewegung dazugehören, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen? Ja, es ist etwas schwierig, weil in Deutschland ist es so, wenn Sie in Deutschland etwas machen wollen, brauchen Sie immer direkt auch eine juristische Form. Und deswegen gibt es auch einen Verein, der im Hintergrund steht. Der hat um die 350 Mitglieder. Das ist insofern nicht ganz aussagekräftig, als dass viele der Mitglieder nichts im Netzwerk der Generation Benedikt tun oder sehr wenig. Und dann gibt es aber einen Haufen Mitglieder im Netzwerk, die nicht Mitglieder im Verein sind. Also wir sagen auch ganz bewusst, dass wir das voneinander lösen. Diejenigen, die sich damit identifizieren können mit den Zielen der Generation Benedikt, die sollen mitmachen können. Und da soll es nicht an irgendwelchen juristischen Hürden hängen. Ich würde mal sagen, in ganz Deutschland gibt es vielleicht einen Kreis von 50 Aktiven, die sofort angesprochen werden könnten, dass sie bei irgendwelchen Aktionen mithelfen. Darüber hinaus ist aber das Netzwerk derer, die sympathisieren mit der Generation Benedikt und die das auch unterstützen. Sei es durch kleine Spenden, durch kleine auch inhaltliche Eingaben, durch Vorschläge, Anregungen. Das ist sehr viel größer. Und in den anderen Ländern ist es letztlich so, dass es etwas kleiner ausgeprägt ist. Aber wir setzen da eher auf das Prinzip Klasse statt Masse. Frau Elter, wo kann man der Generation Benedikt denn einmal begegnen, wenn jetzt Leute hier zuschauen und haben Interesse gefunden und möchten einmal Gespräche führen mit Ihnen oder einfach mal gucken vor Ort, was Sie tun? Ja, es ist so, dass wir natürlich, mittlerweile muss man das ja sagen, im Internet eine Präsenz haben. Wir sind in etlichen Netzwerken, sozialen Netzwerken präsent als Gruppe. Man kann uns über all diese Wege kontaktieren. Dann ist es natürlich so, dass wir nicht nur, wir kommen jetzt beide zufällig aus Bonn, nicht nur im Rheinland anzutreffen sind, sondern dadurch, dass es eben ein Netzwerk ist, dadurch, dass es deutschlandweit, europaweit, weltweit irgendwo verbreitet ist, haben wir so eine Art lokale Ansprechpartner, die auf der Internetseite beispielsweise auch aufgelistet sind, wo man dann sehen kann, an wen kann ich mich in meiner Stadt, in der Umgebung wenden. Es sind teilweise öffentliche Auftritte, bei denen natürlich jederzeit der persönliche Kontakt, das persönliche Gespräch dann auch möglich ist. Und die Termine, Herr Leminski, die sind wahrscheinlich auch auf der Website alle zu finden. Wir bemühen uns da zeitnah immer alles einzustellen. Über das, was Lara gerade dargestellt hat, über sozusagen diese öffentlichen Auftritte hinaus, ist es natürlich so, dass wir auch diese Bildungsveranstaltungen machen, also Workshops, Podiumsdiskussionen, Vortragsveranstaltungen und die sind eigentlich alle auf der Internetseite einzufinden. Sonst kann man auch unseren monatlichen Newsletter abonnieren, da erhält man das dann immer schön einmal im Monat alles zusammengefasst. Also da ist, ich glaube, jemand, der was über die Generation Bennig erfahren will, der wird darüber genug finden. Und der Heilige Vater wird sicherlich auch wissen, was Sie so veranstalten, was Sie tun, was Sie beabsichtigen mit Ihrer Generation Benedikt. Sie haben ja vorhin schon gesagt, er hat das Vorwort zu Ihrem Buch geschrieben. Das heißt, es wird auch an höchster Stelle wahrgenommen. Erfahren Sie denn auch Unterstützung durch die katholische Kirche in Deutschland zum Beispiel? Ja, doch, auf jeden Fall. Also der Kardinal Meisner, Erzbischof von Köln, hat auch in großem Maße die ganze, das ganze Projekt unterstützt. Nach wie vor, also der Herr Leminski wird das sicherlich besser sagen können. Es gab auch noch eine zweite Reise nach Rom, bei der das Buch übergeben wurde. Dem Heiligen Vater direkt. Genau. Wo sich auch daran erinnert wurde, dass das Projekt gestartet war. Man hat sogar auf das Buch gewartet. Also es wird wahrgenommen. Und das ist natürlich auch eine Bestärkung, dass das akzeptiert wird. Doch, also ich würde auch sagen, in Rom wird es ganz sicherlich registriert. Und auch sonst, ich meine, kommt es mittlerweile zur Situation, dass Bischöfe auf uns zukommen, um zu sagen, um sich für die Arbeit zu bedanken, die wir machen. Das ist sicherlich eine Situation, die nicht am Anfang immer so war. Wenn man eine Initiative startet, die nicht, ich sage mal, zu den kirchlichen Strukturen genuin dazugehört oder zumindest sich direkt da so in einem Generalvikariatsorganigramm einfassen lässt, dann ist das manchmal ein bisschen schwierig. Aber ich würde sagen, mittlerweile ist es eigentlich so, dass wir nur Zustimmung und Unterstützung erfahren und dass viele eben sehen, wir begreifen uns ganz klar als Teil der Kirche, nicht als irgendwelche Medien- oder Unternehmensberater der Kirche, sondern sind selber Teil davon. Und deswegen wird das sehr, sehr gerne gesehen und erfährt Unterstützung. Und da, wie gesagt, durch die Bank hindurch. Also nicht nur der Papst und die Bischöfe, sondern genauso von Pfarrern, von Pastoralreferenten. Also ich meine, die E-Mails gehen wirklich durch die Bank hindurch, von alt bis jung. Wenn es jetzt Gläubige gibt, Katholiken, die diese Initiative unterstützen möchten, da gibt es sicherlich auch viele Möglichkeiten. Ja, also es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, die Generationen-Bedding zu unterstützen. Man kann es finanziell tun. Wir sind vollständig auf Spenden angewiesen, weil wir ganz bewusst darauf verzichten wollen, kirchliche Mittel in Anspruch zu nehmen. Nicht zuletzt Kirche in Not hat ja auch die Generationen-Bedding bei dem Vertrieb des Buches, beim internationalen Vertrieb unterstützt. Und darauf sind wir angewiesen. Wir haben keine großen Spender oder keine großen Mäzänen im Hintergrund, sondern leben letztlich von der Kleingabe vieler, der regelmäßigen Kleingabe. Und über das Finanzielle hinaus ist es so, dass uns, wie gesagt, einige durch ihre inhaltlichen Input unterstützen. Da sind zum Beispiel alle Referenten auf unseren Workshops, die da jedes Mal ohne Honorar angereist kommen. Und insofern sind die Möglichkeiten, die Generationen-Bedding zu unterstützen, sehr vielfältig. Zwei junge Menschen, begeistert für Jesus Christus, begeistert für die Kirche, orientieren sich am Glauben der Kirche, am Heiligen Vater, Generationen-Benedikt. Larissa Elter, Nathanael Leminski, vielen Dank, dass Sie bei uns waren und diese Glaubensfreude uns vermittelt haben. Ihnen daheim, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Weitblick die Welt von innen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020